Hallo und herzlich willkommen zum Adventures Friday. Ich spiele mal wieder das Spiel Heroes of the Storm. Wir haben jetzt die folgende Quest. Spezial 3 Spiele gewinnt oder Unterstützer. Dann schauen wir mal beim Spielen. Charakter, Unterstützer oder Spezial. Ja. Den haben wir nicht. Den müsste ich mir kaufen. Den habe ich. Den habe ich nicht. Den habe ich auch 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 nicht. Also wir haben drei Stück. Dann würde ich sagen, wir spielen mit denen hier. Der kann wenigstens EPs. So. Warte mal. Machen wir mal. Suche abbrechen. Schauen wir mal. Ob ein Spieler zur Verfügung steht. Wälder suchen. Hey. Suche abbrechen. Spiel bereit. Verbinden. Na cool. Äh. Irgendwie leckt das heute wieder bei mir hier. Oh. Jetzt. Warte 100 Sekunden. Probieren wir es mal. Gegen Spieler jetzt. Das habe ich ja immer gegen Computer gespielt. Jetzt habe ich ja mal gedacht. Gegen Spieler. Mal schauen wie lange wir noch warten müssen. Hier stand ja. Ah. Was geht los. Wollte gerade sagen. Hier stand ja vorm Wegen. Äh. 100 Sekunden. Also ich bin jetzt ein Unterstützer. Ferncamper. Da muss man schauen. Mit dem nicht mitlaufen. Ich glaube ich werde lieber mit dem mitlaufen. Okay. Entweder ist jetzt äh. Meine Internetverbindung so schlecht. Oder. Weiß ja auch nicht warum. Der sind nur 3.10. Sehe ich gerade. Oder die. Lilly. Und andere Seite. Ey. Sonst hier andersrum drehen. Darum auch? Nee. Na unten? Auch nicht. So. Jetzt kann es aber mal losgehen hier. Ich habe doch nicht ewig Zeit. Ich glaube auch nicht mehr der Jüngste. Es ist noch nicht Freitag. Wie ihr jetzt gerade hier so seht. Es ist 23.09. Ich denke mal. Wenn ich das. Also ich bin gerade von Arbeit gekommen. Wenn ich das hochgeleidt habe. Das dauert ja meist ja auch so eine Stunde ungefähr. Dann ist es Freitag. Was steht denn hier an? Der hat aber gerade schon mal. Da. Was. Die beiden hatten wir schon mal. Yes. Jetzt geht es los hier. Jetzt können wir den ganzen zeigen hier. Wie ein Profi spielt. Naja. Okay. Ich bin Unterstützer. Level 1. Level 1. Level 1. Level 1. Die auch. Alle Level 1. Spiel ich jetzt dagegen. Mitspieler. Ja. 4, 4, 5, 4, 9, 14, 2, 5, 13. Oh. Ich bin der Höchste. Ich bin der Höchste. Also. Ich muss gewinnen. Ich muss ja schon spielen mit dem Profi. In Schnauzeichnung. Ja. Der auch. Ach nee. Das ist eine Gruppe. Die spielen zusammen. Die spielen zusammen. Und die spielt zusammen. Und die waren nicht vorher bei uns so nah. Na egal. Egal 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 egal. Ähm. Wiegemäßige Kugeln erhöhen die Mahner-Regelation. Erhöht die Reichweite von Heilendes Gebräu. Erhöht die Dauer von Wolken-Schlange. Erhöht den Schaden. Ich gehe ab. Ich gehe da drauf. Ihr wollt mich doch nicht allein lassen, oder? Was sind das denn für welche? Sie lassen den Heiler alleine? Was soll ich denn hier allein machen? Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Ein Held kehrt in den Kampf zurück. Ach, ich muss ja da drauf. Das ist doch cool. Ich gehe jetzt hier auf. Aber ich muss auch schon mal sehen. Ich gehe jetzt auf. Ich gehe' hier auf. was ist das alles laggy hier ich kann nicht rausgehen können sie knicken ach das war das da wird die dauer von blend im wind blend im wind trifft mehrere ziel wolken schlange erheilt schlange in die als verfehlt verfehlt habe ich gerade verfehlt oder wann auch endlich kommen wir mal weg hier zur hilfe und gut hat er gehe ich nur an die wir uns neben die geschicht wow auch macht den die Stürmermühlen verbindet mit dem unaufhaltbarer Allsatz springt rüber Helles Gepreuheit zusätzlich über Zeit was geht mit euch Leute ich glaube ich bräuchte mal Mana erst bei der nächsten Melle ich kann nicht weg doch jetzt kann ich weg ganz schnell schnell Aufladung von Mana Nein, jetzt sind sie durch 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das kann doch nicht sein. Aber ich halte jetzt bei den nächsten Dingen fest. Ich habe mich immer noch getroffen. Das war's. 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 's. Das war's. hoch erstmal gestorben euch der einzigste gestorben ist von uns wo bin ich eigentlich da einmal gestorben der ist dreimal gestorben der zweimal gestorben was steht da jetzt verringert mir den Daumen zum Zon erhöht den Bonus überwiegend geschehen Hege Poi heilt zweimal, hat aber eine längere Uptingszeit das Anwenden von Vergründeten erhält ebenfalls eine ok also wenn ich jetzt einen die Wolkenschlange gebe habe ich auch einen automatisch Gehe ich sie mir Heide 2 schade das geht ja mal gar nicht hier was die schade Das war's für heute. Was ist das? Nein! Nicht schon wieder. Ach Mensch, das kann doch nicht sein. Oh! Nein! Keine Kratzer. Ich dachte schon in der AFK. Oh! 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ich bin ein Wettbewerb, aber ich bin ein Wettbewerb. Das war's für heute. Jetzt haben wir Verloren. Jetzt haben wir Verloren. Oh, was ist denn da drüben? Ja. Und es ist los geworden. Oh, was ist denn da drüben? Ja. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Straft werden. Das war's für heute. Nein, ich bin ja Lex hier. Es ist gelohm. Ah Na ja was soll's Hab verloren Na das halt wenn man Gegenspieler spielt Da verliert man auch mal Dann schauen wir uns noch mal War hier nicht irgendwo eine Liste wie man das Ach da Statistik Genau Äh Den wenigsten Schaden gemacht Am wenigsten geheilt Ich hab doch die ganze Zeit nur geheilt Hm Einmal gestorben Und acht unterstützungen Mal verbündeten Achso das geheilt Heldenschan Hm ja ja Was lese ich genau wieder Naja Ich hab am meisten geheilt Aber nicht mehr wie der Der hat mehr geheilt Da wird Drei Heiler gehabt Ne zwei Heiler Ein Tank Und hat das Tank Ich hab sogar mehr gehalten Wie die anderen beiden Hier Oh Mensch Dein Team 19 Gegnerische Team 21 25 Minuten gedauert Aber Na Ist ja egal Gut Das war das Spiel Für heute Ich hoffe ihr hattet Spaß Ich würde mich freuen Bis dann Viel Spaß Und auf Wiedersehen Ciao Ciao